Hallo, mein Name ist Dieter und ich bin Produkttrainer bei der Firma Bosch. Mein Name ist Michael, ich bin der zuständige Produktmanager für das Thema Tischkreissägen. Und die Tischkreissäge ist eine der vielseitigsten Geräte, die wir im Portfolio haben. Wir können damit nicht nur formatieren, wir können Parallelschnitte machen, wir können Nuten, wir können Ablängen. Also, was haben wir da im Programm? Genau, das Portfolio wollen wir uns jetzt mal gemeinsam anschauen und schauen, welche Anwendung für welche Tischkreissäge passt. Wir haben insgesamt vier verschiedene Tischkreissägen bei uns im Portfolio. Zum einen die sehr kompakten und auch mobilen Tischkreissägen. Das ist einmal die GTS 635 216 und die GTS 18V 216. Die zeichnen sich aus durch eine Schnitthöhe von rund 70 Millimeter und eine Schnittkapazität von 635 Millimeter. Und die Akku-Version wird angetrieben durch unser Biturbo Brushless System, bestehend also aus dem Proko 18V. Akku und zwar in diesem Falle 12 Amperestunden und dem Hochleistungsmotor, der uns bekannt ist. Genau darüber hinaus bieten wir auch noch zwei weitere Modelle an. Das sind einmal die GTS 10J und die GTS 10XC, die nochmal deutlich leistungsstärker sind. Beide sind sie also netzgebunden. Die J wird angetrieben durch einen 1800-Watt-Motor, die XC durch einen 2000-Watt-Motor und dadurch erreichen wir natürlich so eine Leistung, dass wir auch größere Sägeblätter einspannen können. Genau, die Sägeblätter sind rund 254 Millimeter im Durchmesser und haben dadurch auch eine Schnittkapazität von rund 79 Millimeter. Die XC hat natürlich noch zwei Besonderheiten. Genau, wir haben zum einen den Schiebeschlitten. Das ermöglicht mir natürlich auch kleinere Paneelen oder ähnliches doch sehr exakt zu sägen. Und wir haben hinten dran eine Tischverlängerung, die es ermöglicht, dass die abgeschnittenen Werkstücke nicht einfach unkontrolliert runterfallen. Dann lass uns mal die Merkmale anhand dieser akkubetriebenen Säge durchsprechen. Super, genau. Wir haben hier zum einen den Ein- und Ausschalter für die Säge und darüber hinaus auch noch die Möglichkeit, dass wir die Sägeblatthöhe je nach Material und je nach Anbindung hier sehr leicht einstellen können. Der Spaltkerl lässt sich ebenfalls absenken, sodass er zwei Millimeter unter dem oberen Flugkreis von dem Sägeblatt ist. Und damit haben wir die Möglichkeit, Verdeckschnitte durchzuführen oder auch zu Nuten. Gleichzeitig können wir hier die Säge in eine Neigung versetzen. Das heißt, hier ist sehr schön zu sehen, dass trotzdem noch die Sägeblattabdeckung das Sägeblatt komplett schützt. Super, genau. Und wie man hier auch noch sehen kann, haben wir hier noch einen Parallelanschlag, Dieter. Ja, der lässt sich hier sehr leicht in sämtliche Positionen verschieben, wie ihr seht. Und bei diesem Modell haben wir zusätzlich noch die Möglichkeit einer Tischverbreiterung. Wir können hier also den Tisch auf 635 Millimeter herausziehen und haben damit natürlich eine gewaltige Schnittkapazität. Außerdem sehen wir hier auch noch einen Winkelanschlag. Der ist natürlich optimal auch dafür geeignet, wenn man Querschnitte bearbeiten möchte und diese zum Beispiel auch auf Gehrung sägen möchte. Wie alle unsere Sägen hat auch diese Säge einen Wiederanlaufschutz und einen Sanftanlauf. Und wenn ihr jetzt noch mehr Infos zu der Tischkreissäge sehen wollt, wir haben es euch verlinkt. Für die anfallenden Holzspäne könnt ihr einmal den Staubsack einsetzen. Damit seid ihr natürlich sehr mobil. Alternativ gibt es natürlich auch die Möglichkeit, einen Sauger anzuschließen. Und da empfehlen wir natürlich die Saugerklasse M oder H. Für die Tischkreissägen haben wir natürlich auch verschiedene Untergestelle bei uns im Portfolio. Zum einen eher für den stationären Gebrauch gibt es hier die Möglichkeit mit einem sehr leichten Untergestell, dass man auch sehr leicht montieren mit diesem Schnellverschluss, aber auch schnell wieder demontieren kann. Ja und für die GTS 10 XC, dem Gewicht gezollt, haben wir natürlich ein sehr solides, aber total leicht handhabbares Untergestell. GTA 60W, was übrigens kompatibel ist für alle in unserem Portfolio aufgeführten Tischkreissägen. Und ich mache es einfach mal vor, wie man damit umzugehen hat. Man muss also diesen rechten roten Hebel nach unten oder im Uhrzeigersinn drücken und schon haben wir leicht die Säge zum Transport umgebaut. Für die Tischkreissägen haben wir natürlich ein umfangreiches Sägeblattprogramm und zwar für Längsschnitte brauchen wir wenige Zähne und große Spanlücken und für Querschnitte brauchen wir natürlich viele Zähne und kleine Spanlücken und so können wir viele Sägeblätter anbieten. Und neben Sägeblätter für die Holzbearbeitung haben wir unter anderem auch noch Sägeblätter für Laminat und Aluminium im Portfolio. Super, wir sind auch schon wieder am Ende von unserem Video angelangt. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns ein Like da. Schreibt auch gerne in die Kommentare, welche Tischkreissäge ihr im Einsatz habt und eure Erfahrungen auch damit. Und abonniert unseren Kanal und wir freuen uns aufs nächste Mal. Outtakes Verdecktschnitte machen können oder auch Nuten. Genau. Das Sägeblatt schwenkt. Ach so, das Sägeblatt schwenkt. Realitätsnahe Anwendung. Super, wunderbar. Hier ist sehr schön zu sehen, dass der gespalte, äh geteilte, äh die geteilte Spalte... Und da empfehlen wir die Sauger Klasse M oder Haier. Also... Super, wir sind auch schon wieder am Ende vom Video. Sägeblatt...